Nur noch reinschieben. Bleib hier. Schiri, Elfmeter. Elfmeter? Nein. Was für ein Nein? Setz mal deine Brille auf. Nein. Warum immer Nein? Sag doch mal was anderes. War doch faul oder etwa nicht? Hallo, sag doch was, ich rede mit dir. Ich sag lieber Nein. Und wahr geht's auch nicht, oder? Nein. I'm too fast for you. Halt mal dein Maul, Alter. Fucking Bastard. Das ist mir doch scheißegal, kann mir auch rumtun. Ey, langsam, was ist los? Bist du ein Hund? Los, mal ganz Frankfurt. Was reimt sich auf Dutta? Lass mich durch, ich will Zweikampf machen. Komm her. Komm, du willst noch. Was ist denn mit dem Trablo? Du bist eine kleine Pussy. Oder was ist los bei dir? Lass mal Currywurstbude treffen, dann zeig ich dir, wenn du Pussy hast. Komm, du erst mal nach Katar. Ich komm mit meinem Cousin. Ganz ruhig, komm langsam hoch. Kurzer Mathe-Test, 2 plus 2? Fünf oder sechs. Sicher, dass du weiterspielen kannst? Ja, ich bin nur schlecht in Mathe. Und bam! Kleiner, ich massier dich bisschen. Besser. Hör nicht auf. Also, wenn die weiterhin so viel faulen, dann schnapp ich mir gleich den Geistbock und jag ihn durch ihre Ersatzbank. Hä? Was sagst du? Rote Karte. Jawohl. Ab geht's. Unverschämtheit. Lass Händes in Ruhe. Der simuliert. Was geht? Gibt's Stress? Ich glaub, die Zicke Bock wird gleich aggressiv. Ich geh lieber mal auf Dribüne hoch. Da bin ich sicher, falls er euch angreift, dann gib ihm Karotte oder so. Okay, ja, meine. Bist du verrückt geworden? Das ist bei mir und die machen faul. Bitte, ich will keine gelbe Karte, sonst bin ich gesperrt im nächsten Spiel. Ja, und? Komm, ich lade dich ein ins Restaurant und du machst eine gelbe Karte zurück, ja? Die Einladung nehme ich gerne an, aber die Karte bleibt. Tschüss. Hey, Schiri, der lässt mich nicht in Ruhe, Mann. Ich brauch eine Mütze. Dann geh doch zu deinem Trainer. Gib du mir eine. Siehst du auf seinem Kopf eine Mütze? Nein, also was willst du? Nimm mal gelb jetzt. Er soll mir eine kaufen. Ach, ja, doch auf. Und du fürs Schreien. Ja, okay. Soll nur kommen, wenn er die Mütze will. Also ich weiß ja, dass wir von Freiburg gut sind, aber deswegen gleich zwei Feldspieler. Ist doch unfair. Die bleibt alle stehen, nicht bewegen. Ich muss C. Schiri, ich C für zwei. Ich bin Torwart und Mittelfeld. Also eins und zwei. Dann kommen drei. Und dann kommt vier, oder? Weiß nicht. Wie viel Geld soll ich dir überweisen? Schreib dir in WhatsApp. Alles klar. Und da voll spannend. Hab ich. Oh, so ein Scheiß-Trick. Weiter geht's. Und der Idiot hat verschossen. Oh Mann. Weiter geht's, Eckball, Kopfballtor. Was soll ich jetzt? Was ist denn Kopfballtor? Hör auf zu heulen. Okay, Machi. Ja, sauber, ihr Trainer, du bist ein Held. Malack, ich schwöre, du bist richtig wie eine Schnecksel. Oh Mann, du hast einen geilen Kanisterkopf. Jawohl, jawohl, du geile Sau. Komm her. Du siehst jetzt mir wieder nach, so ich kriege noch einen Herzkollaps. Wenn wir es jetzt noch schaffen, hau ich mir 50 Dinkelackern rein. Komm, ich schuhe. Hussi, ich schuhe. Hey, warte mal. Warte. Ich muss immer zusammenschlagen. Na komm, bitte nicht. Ja, aber hört doch mal auf zu streiten jetzt. Guck mal. Leroy sagt, ich klau die ganze Zeit Head & Shoulders von ihm. So schnell kann ich nicht mal als Pulli klauen. Zack, zack. Boom, boom. Geht nix. Doch, doch, du klaust 100%. Mein Shampoo ist immer leer. Head & Shoulders immer neu. Muss ich mir holen, Bruder. Geht nicht so. Ich hab lange Haare. Guck mal, du bist dumm, aber ich sag dir trotzdem noch mal normal. Mein Onkel fährt LKW, ich hab Head & Shoulders mein ganzes Leben lang. Ja, dann sag deinem Onkel, er soll Palette schicken. Was macht denn da schon wieder für Geräusche? Schnauze hab ich gesagt, sonst knallst du. Ist ja gut. So Männer, ich sag's euch zum letzten Mal. Wenn hier drin noch einer versucht, meine Mütze zu klauen, dann knallst du, ist das klar? Modest, nicht mehr klauen, ja? Klar ist es mich doch. Ich geb dir meine Mütze, aber erzähl's nicht meiner Mannschaft. Wieso denn? Hat die Zauberkräfte, oder was? Keine Ahnung. Wahrscheinlich wollen sie einfach so cool aussehen wie ihr Trainer. Weiß was ich mein, oder? Nicht wirklich. Ihr Trainer hat seine Mütze an Manuel Neuer verschenkt. Schön. Dafür ist er jetzt nicht mehr mein Freund. Was wollen Sie uns damit sagen? Ja, ich schieße keine Tore mehr, bis ich eine neue Mütze bekomme. Ja, wer sind Sie nochmal? Hab ich gedacht? Ja, Sie sind lustig. Ich bin der, der Sie heute aus dem Stadion schießt. Ach. 4 zu 1. Achtung, der Ball kommt! Ja! Oh Mann. Yes. Bruder, ich schwör wir sie in Manchester City. Hey, das ist toll. Deine Ball. Das ist meiner weg. Was fasst du mit deinem Fuß? Was fasst du mit? Also er soll mich nicht anfassen. Ich mag das nicht, Schiedsrichter. Ich kann härter nicht leiden. Gelb. Okay. Ich kann dir wieder Fußball spielen. Mann, übertreib nicht. Bring mir mehr Medizinbälle. Da geh ich doch lieber. Den HSV trainieren. Tor! Ich schieße ein bisschen rum. Pam, 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 pam. Hey, bleib hier. Nochmal! Pam, 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 pam. Komm, ich will mit dir kuscheln. Okay. Oh, mhm. Ey, lass mich auch mitmachen. Hup, schwitz! Yeah! Das ist doch ein Witz. Hol mir sofort neue Medizinbälle. Ist ja gut. Ich geh nochmal los. Bis gleich. Jetzt hat der mir einfach meine Schuhe kaputt gemacht. Mann, die hab ich mir vor zehn Jahren erst gekauft. Wie? Die sind einfach kaputt gegangen. Kann doch nicht sein. Ja, guck doch hier. Das ist doch nicht fair. Jetzt warte mal. Ganz ruhig. Schiri, ich muss was sagen. Ja? Ich geh zu Manchester City. Schön für dich. Was machst du denn? Willst du barfuß weiterspielen oder was? Schiri, ich hab doch gesagt, meine Schuhe sind kaputt gegangen. Ich brauch neue. Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Zeig mal her. Och, hier. Guck, ein Loch. So groß. Okay, da ist wirklich ein Loch. Dann zieh mal neue an. Ich hab hier noch welche. Die hat damals Jaden Sancho bei mir im Auto liegen lassen. Sind auch schön bunte. Oh, gib her. Die behalte ich. Ah, zieh an. Oh, das sind aber schöne Schuhe. Ich will auch solche Schuhe haben. Ich krieg nicht mal Mütze vom Chef. Toni, komm schon. Das hatten wir schon ein paar Mal. Verschwinde. Rapp geht's. Träner, bitte gib mir wenigstens deine Mütze. Toni. Na, das ist doch gemein. Die sind richtig nice. Ich behalte die für immer. Hoffentlich schaut Jaden Sancho nicht zu haben. Junge, hast du's bald? Ja. Und vielleicht die Mütze? Nein. Okay, alles klar. Ups. Schiri, Hand. Elfmeter. Ganz klar ans Spiel. Hey. Aua, mein Ohr. Entschuldigung. Jetzt aber zurück. Ich bin ruhig. Ich muss mich aber ganz kurz beschweren. War doch keine Hand. Ich hab dir keine Diskussion. Schlechtrichter, du guck mal nach einer Wiederholung. So hab ich keinen Bock mehr. Willst du eine rote Karte? Nimm den Elfmeter zurück. Ich hab's so scheiße. Wenn wir benachteiligt. Da mach ich einfach ein bisschen der Rasse kaputt. Ey, was machst du da? Den hab ich heute Fris reingepflanzt. Ich glaub, der spinnt, ey. Wenn ihr ein Problem mit mir einkurve, ich kann auch einfach Kopfnuss geben. Es gibt 1 Tor, es gibt 1 Meter. Gesicht trocknen. Ich bin eine Katze, ich bin eine Katze. Ja. So, aber nichts gehört von euch. Biss alle lauter, bitte. Hallo, hallo, Kurve. Mau dir mal die Fresse. Ihr macht Karate gegen 10.000 von euch, kein Problem. Er hat's nicht so gemeint, ganz ruhig, bitte. Ja, ein bisschen Probleme. Sag dein Fresse, ich bin bereit. Auch auf Bad Lein. Sei froh, dass ich dir alle beruhigt habe. Mal zusammenreißen ein bisschen. Das ist gefährlich, was zu sein. Ich bin brutal. Ich mach aus alle Gulasch. Hä? Bist du aufgeregt, oder was? Dann schieß den Ball ins Tor, damit ich mich nicht aufregen muss. Also mach den Papa glücklich. Haben Sie was unter der Hose? Äh, nein. Okay. Dann können Sie rein, Herr Haaland. Was für Haaland, Alter. Bäm! Hab ich sicher? Shit! Hey, Todesjahres, guck nicht! Ich hab das keiner gesehen. Du sein... Hey Schlotti, du Heschi-Nobracht! Wo ist der Tod? Der schreit immer noch. Was? Du kommst nicht mehr aufs Wiefeld nach Freiburg. Du Arsch! Drei Tore geschossen durch drei Wechselspieler. Das zeigt einfach, wie gut der Trainer ist. Und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Bäm! Ja! Was für Haaland! Ich heiße Wolf! Ich mach dich kaputt, Alter! Wir spielen zusammen, mhm? Ah, stimmt ja. Hey, Trainer, ich hab Hunger! Hä? Komm schon, was denn noch? Ich will einen Döner! Was? Bitte! Kein Frauen mehr, sonst gibt's rot! Ich mach keinen Schaden, versprochen. Hey, hey! Keine ist schneller als ich! Bleib hier! Aua! Oh, s'il te plaît! Das war dumm! Rot die Karte! Piton de Merde! Schalt dich fest! Bruder, bitte nicht festhalten! Ich hab doch extra heute meine Haare schön gemacht! Ach! 200 Platzwunden im Gesicht! Gelb für Lüge! Und du hast immer noch schöne Haare! Gelb! Ja, mit viel Haarspray geht! Halt mal deinen Kopf hin jetzt! Okay, ich komme! Und den hab ich nicht! Ja! Ich komm hier flogen! Ja! Das war schlisch! Hey, Niklas! Heute gibt's ein oder zwei Kämmer! Beiß den Kopf ab! Beiß ihn ab! Nein! Beiß ihn ab! Oh, scheiße! Du hättest gebissen, Olli! Stimmt's? Ja! Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Schnell! Kannst du helfen? Ja, ich kenn Spezialgriff! Warte! Du hast mich totgemacht! Bist du wirklich ein Arzt? Hab ich nie gesagt! Ey, wir spielen nur noch gegen schlechte Mannschaften! Ja, ist ruhig hier! Schiri, was sagt er denn? Der Kimmich hat den leichten Arroganzanfall! Ja, okay, aber wir spielen doch auch nur gegen scheiß Teams, oder? Also, wenn's nach mir geht, spiel ich nur noch Champions League, weißt du? Also, nein, ich glaube, der BVB wird diese Saison richtig gut sein! Ja, ja, und Schalke wird Meister! Seid doch zufrieden, dass euch keiner schlagen kann! Komm, du schenkst Frankfurt ein Tor, hm? Jetzt übertreib nicht! Ist doch kein Kindergarten hier! Geh ins Tor! Komm schon! Du kannst auch einfach einen reinlassen! Hm! Jetzt nochmal nach links! Oh nein! Ja, der noch nicht mehr! Oh! Das ganze Spiel musst du immer rumtricksen! Joshua, ganz ruhig, steht doch für die Falle! Mangel! Geht doch! Ah, muss er was trinken! Bissala Wodka, wo ist der Flach? Hör auf! Hier wird nicht getrunken! Lass ihn mich, ich habe Durst! Du kannst doch später saufen gehen! Ich brauche jetzt! Ich im Stadion! Was ist der Problem? Kann er mal in eurem Stadion nichts trinken? Doch, Bier! Ey, voll die Unverschämtheit! Trinkt ihr in unserem Schalker Stadion einfach Wodka! Guck mal her jetzt! Hör mir doch mal zu! Ja, ich höre zu, ich höre zu! Das ist hier nicht die Gorbatschow, sondern Veltins Arena! Veltins Arena! Ja, aber ich brauche doch hochprozentig! Komm her! Komm mal her! Können wir bitte später reden? Ich spiele gerade Fußball! Komm her, komm her! Mann, was denn? Ich habe eine brutale Idee, wie wir die Dortmunder verunsichern können, aber du musst provozieren! Und wenn der Kobel versucht, den Ball zu spielen, dann schreist du ganz laut, Dortmund wird Meister! Was? Grüezi, den Hobby! Äh, Dortmund wird Meister! Au! Scheiße! Jetzt legt er sich so ein Ei rein! Das ist doch noch gar nicht Ostern! Was? Ich bin kein Genie! Du bist unglaublich! Das war nur der Anfang! Ja!